moin moin herzlich willkommen zum neuen video und zwar sprechen wir heute mal über den sound im e-auto außen sowie innen und ist ein elektroauto gleichzeitig ein lautloser killer darüber sprechen heute und zwar zum thema außensound da hatte ich jetzt schon zwei sehr prägende ereignisse und zwar einmal bin ich morgens zum frühstücken bei meiner oma hingefahren und das war halt so ein waldweg und dort war ein jogger der da seinen tonus lief und ich war hinter ihm er hat mich nicht mitbekommen er hatte keine kopfhörer drin er hat mich einfach nicht gehört obwohl der macht ja einen geräusch nach außen zur außenwelt hin produziert wenn man unter 30 kilometer pro stunden fährt meines erachtens ist dieses geräusch aber ungünstig gewählt es ist zu leise und das geräusch an sich ist auch nicht sehr optimal gewählt ich werde euch das jetzt einmal hier einblenden damit ihr euch selbst einmal ein bild davon machen könnt und die zweite begegnung die sehr prägend war die ich eigentlich noch viel schockierender fand war als ich in der innenstadt unterwegs war fußgängerzone also wirklich also ich war im rollen und vor mir überquerte eine blinde frau die straße also ich gehe mal ganz stark davon aus dass sie blind war denn sie hatte einen blinden stock und eine armbinde um und die lief mir fast ins auto sie hat mich auch nicht gehört bzw sie hat mich wahrscheinlich gehört sie konnte das geräusch aber komplett nicht zuordnen was ja auch nicht sein darf und das finde ich dann schon wirklich schwierig ich bekomme das zum beispiel auch täglich bei mir im dorf mit wenn ich mit dem fahrzeug fahre die älteren leute wir haben sehr großen anteil an älteren menschen bei uns im dorf die können das auto komplett nicht zuordnen die schauen mich jedes mal ahnungslos fragend an wenn ich an denen vorbeifahre wahrscheinlich auch wegen dem geräusch also weiß ich nicht was ich davon halten soll das waren jetzt nur zwei beispiel ich habe noch eigentlich ein paar mehr aber schwierig also ganz schwierig ich weiß jetzt auch nicht ob der künstliche außen sound gedeckelt ist der muss wahrscheinlich eine lautstärke eine mindest lautstärke haben aber wie das mit der frequenz und und der sound charakteristik aussieht da so bliegt wahrscheinlich dem hersteller schwierig also ich finde ihn definitiv zu leise und auch sehr ungünstig gewählt von der vom sound wie gesagt also schwierig ich hatte jetzt schon zweimal also minimum zweimal dieses problem weiß ich nicht ob ich das wirklich brauche besonders das mit der mit der joggerin was soll ich da machen soll ich so weghupen schwierig weil dann bist ja eigentlich permanent nur noch am hupen weiß ich nicht schwierig schwierig im prinzip ist das elektroauto dadurch ein lautloser killer wenn man bedenkt dass es noch viele elektroautos gibt die noch nicht mal diesen künstlichen außen sound haben bei meinem ist es ja vorgabe aber ich zum beispiel als wir am ladepark hilden waren da haben wir auch über diese thematik gesprochen davon etliche teslas vorbei die hast du nicht gehört die hatten nämlich noch kein außen sound in dem moment hast du den mache gut gehört aber du hast da auch wenig außen geräusche drumherum wie jetzt zum beispiel in der stadt wo du den ganz normalen verkehrslärm alleine schon hast was ja auch wieder den sound überdeckt von daher also da sollte ford beziehungsweise ich sehe da eigentlich nicht mal fort unbedingt in der pflicht ist jeder die eu in der pflicht die sollten da mal schleunigst die schleunigst die rahmenbedingungen auf jeden fall nachbessern denn ich finde das wirklich gefährlich und ich möchte nicht unbedingt dass mir jemand vors auto läuft und ich mir das dann ankreiden muss nur weil ich elektroauto fahr und es mit dem verbrenner vermeidbar gewesen wäre und punkt nummer zwei ist der sound im innenraum den können wir mal aktivieren denn ich fahre mittlerweile immer ohne sound kommen wir gleich mal zu ich aktiviere den jetzt einmal ich hoffe mal die hört ihn auf der kamera jetzt so für den moment hört es sich wieder gut an aber ich weiß nicht ich empfinde das mittlerweile als störend in die in diesem fahrzeug ich kann da komplett gar nichts mit anfangen mit dem künstlichen fahrgeräusch obwohl es sich obwohl es sich ja nicht schlecht anhört wenn wenn wir jetzt mal genau hinhören wartet ich habe ein auto vor mir wir haben jetzt hier sofort 100 wir fahren 60 so jetzt beschleunigen wir mal langsam ran es hört sich ja nicht schlecht an das keinesfalls aber es ist ungewohnt denn normalerweise hörst du dem elektroauto gar nichts wenn du wenn du sagen wir mal unter 100 unter 100 130 fährst ab dann fangen so langsam die windgeräusche ein bisschen an dass die hörbar werden aber sonst hörst du dem fahrzeug eigentlich nichts und das ist meines erachtens gerade das geile man fährt komplett entspannt und das ist praktisch wie so ein fremdkörper möchte ich mal fast sagen obwohl es sich nicht schlecht anhört jetzt zum beispiel kickt es mich gerade wieder weil ich bestimmt fünf sechs wochen ohne fahrgeräusch gefahren bin aber ich weiß ich weiß jetzt schon das klingt mich jetzt für zehn minuten und dann ist der bart schnapp meiner bleibt dran das klingt mich für zehn minuten und dann ist eigentlich schon wieder das ding der trupps gelutscht das hört sich nicht schlecht an ich bin mal gespannt ob das ob der sound identisch ist mit dem der im mustang mach e gt vorhanden ist oder ob die da noch mal was abgeändert haben aber schlecht ist es nicht mich würde ja mal echt eure meinung dazu interessieren zu den beiden thematiken also außen sound und innen sound was denkt ihr darüber beziehungsweise was sind eure erfahrungen damit hat ja jetzt nicht jeder ein elektroauto aber einige haben es ja schon von meinen abonnenten und die können sich ja dann mal zu äußern würde mich echt brennend interessieren es ist auch nicht einfach so so nor sondern umso schneller umso lauter wird es könnte diese blitze nicht einfach mal abreißen so ja aber ich muss sagen jetzt geht es mich schon wieder nicht deshalb werde ich es jetzt wieder ausschalten so dann müssen wir jetzt noch mal ihr auto holt aktivieren denn ich war kein auto waschen und mal eben abchecken ob mittlerweile das update für mich verfügbar ist nein natürlich nicht ach ich darf doch nicht zu viel erwarten nein in deutschland ist das mittlerweile seit drei wochen raus ich habe das update natürlich noch nicht das kotzt mich alles kotzt mich so an leute das könnt ihr euch nicht vorstellen eben hat die ganze zeit wieder apple carplay nicht funktioniert das ist echt ein bug auf rädern für mich aber ich verstehe auch nicht also viele in der facebook gruppe haben zum beispiel gar keine probleme mehr obwohl wir alle die gleiche software haben praktisch manche haben schon 1.7 ich habe so viele probleme oder die leute reden es sich einfach schön kann natürlich auch sein ja so ich denke mal das war es jetzt jetzt werden auch wieder vermehrt videos kommen ihr hört erkältung geht langsam weg und ja ja ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne restwoche bis dann euer quertreiber